Herzlich willkommen bei Autohaus Wismar. Sie sehen hier einen wunderschönen Ford Fiesta Titanium mit guter Ausstattung und der 1,25 Liter Maschine mit 60 kW bzw. 82 PS Schadstoffarm Euro 5. Zu Ihrer Unterhaltung bietet dieser Fiesta ein CD-Radio mit Lenkradbedienung und großem Display. Ein USB und ein Ausanschluss stehen zum Betrieb von MP3-Playern bereit. Der Bluetooth-Freisprecher verbindet Ihr Handy drahtlos mit dem Auto. Sie können ihn steuern mittels Sprachsteuerung. Es ist eine besondere Note erhält der Fiesta Titanium durch schickes Chrom-Dekor, Leichtmetallfelgen, Scheinwerfer im Projektordesign, abgedunkelte Scheiben, hinten die Lackierung Metallic. Im Innenraum gibt es Sportsitze mit schicken Grau-Auberginen-farbenem Polster, ein Lederlenkrad und Fußmatten. Darüber hinaus verwöhnt dieser Fiesta mit elektrischen Fensterhebern, Zentralverriegelung und Fernbedienung, einer automatischen Klimaanlage und vielem, vielem mehr. Besuchen Sie uns in Kirchner-Bohland. Gerne auch samstags bis 17.30 Uhr. Untertitelung des ZDF für funk, 2017